Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen, hallo. Leute, wir haben heute ein neues cooles Spiel, das nennt sich Lucky Block Battle Arena. Und da werden Ben und ich gegen solche Monster hier wohl kämpfen müssen. Hier haben wir ein paar Kisten, da können wir uns schon mal ausrüsten, das hat sich gereimt. Die pumpen bei dir, oh, was ist das für eine heftige Rüstung? Ja, keine Ahnung. Pumpen bei dir die Musik auch so krass? Nee, Mann, die Musik pumpen bei mir gar nicht. Gott sei Dank auch nicht, ansonsten wird mein Kanal wieder gelöscht. Okay, ups, ich bin jetzt hier schon runtergefallen. Hier soll es auch angeblich irgendwelche Kisten geben, die man hier auch öffnen kann und linksen kann. Und dann kann man da hier cooles Zeug rauskriegen. Und nach jedem Battle sammelt man auch Coins. Und dann kann man hier bei diesen Typen, die echt komisch aussehen, kann man sich Sachen kaufen. Waffen, Rüstung, Tränke, all die schönen Sachen. Ja, ja. Und der hier, ah, der kann Sachen verzaubern, sehr schön. Diamant-Villagers, Maragd-Villager, Eisen-Villager, okay. Ja, aber es gibt leider kein Team Rot, eigentlich schade. Okay, wollen wir als erstes in Arena 1? Ja, wir gehen natürlich in Arena 1, wir gehen hier schön chronologisch vor. Let's go. Arena 1, Arena 2, Arena 3, okay. Ich bin so was von prepared. Bin schon bereit, go. 1, 2, 1. Okay, Welle 1. Da ist einer. Bam. Ah, die droppen auch Sachen. Ja, ja, meine ich ja. Und das Huhn ist dann für Coins, oder wie? Äh, das Huhn, das droppt dann noch mehr Sachen. Wollt, ich hab schon 3 Coins. Ja, ja, das geht voll schnell. Hier. Äh, wo sind meine Coins? 5. Ja, ja, ich hab auch 5. Skelett. War das die erste Welle? Yo, das war die erste Welle. Zweite Welle wird super easy. 300 Coins hab ich. 200? Scheiße, ey. Das war der beste Drop. Creeper, hinter dir, Ben. Arm, Alter. Spinne hinter mir, Huhn, Huhn. Bam, bam. Jetzt droppen die irgendwie weniger, kommt mir so vor. Wir sind schon bei Welle Nummer 3, Alter. Wir rasieren hier. Das ist aber auch die einfachste Arena, ne? Alter! Alter! Hattest du schon diesen Armbrustschützen, Alter? Vielleicht einen Armbrustschützen? Ja, klar, hatte ich den schon. Hatte ich alle schon. Ah, ein dickes Huhn. Truthhuhn. Oh, Entschuldigung. Hab dich aus Versehen geboxt. Ja, aber ich vorher auch. Hinter dir ne Minispinne, Ben. Pass auf. Hast du Spinn? Ich komm. 2 Endermänner. Oh, 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 oh. Warte, werd ich mal mehr auf meine Energie achten. Auf deine Energy? Es gibt ne Energy? Na, Herz natürlich. Naja, easy. Easy, du bist grad gestorben, Alter. Ja, ich bin nur gestorben, weil ich 10 Endermänner alleine... Welle Nummer 5. Das ist die letzte Welle. Jetzt muss der Dicke wiederkommen. Ey! Ja, da ist der Dicke auch, Ben. Ah, ja, 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 ja. 2. Ich auch nicht. Hey, bei mir war da auch grad einer. Hey, bei dir war wirklich grad einer. Da ist er wieder. Ah, ja. Okay, ich hab einen OP-Apfel. Das ist sehr praktisch. Hab ihn, hab ihn. Mein. Hab ich. Ich bin los. Ich brauche Hilfe. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich rette dich. Hilfe! Ich helfe dir, Ben. Lauf weiter. Ich hab nur noch 10 Euro, Ernst. Jollah, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Nur noch die Spinne hier. Zack. Ich muss noch einer leben. Oder? Haben wir es geschafft? Ja, Victory. Also, setz ich mir erstmal... Mir läuft das direkt. Na klar, Ben, Alter. Hier, Glücksbringer. Nice, okay. Dann müssen wir... Guck, wir kriegen ein Trophäe. Oh, yeah, Baby. Das waren zwei Coins. Geil Zeiser, ey. Ja, jetzt haben wir Arena 2 freigeschaltet. Äh, schon. Alter, der hat Lucky Block in der Hand und schießt voll. Jo, 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 jo. Ich muss mich erstmal heilen. Oh, das ist Stärke. Ich kann nicht... Hast du was zum Heilen? Nö, Essen. Ernst. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Probleme, hab ich... Na, bei mir geht's. Aber ich hab zum Heilen, hab ich ja auch nichts. Ich bin echt low, wirklich. Ich will nicht sterben. Machen die mehr Schaden, wenn die so groß werden? Äh, ich glaube schon. Ja. Oh nein, die Endermänner sind die gefährlichen Heimer. Ja, aber zu zweit schaffen wir das. Hab ich noch Stärke? Keine Ahnung. Ich hab was zum Heilen. Ah, nee, trank der Stärke. Ja, hab ich auch. Boah, ich trank der Stärke, ist aber heftig. Das ist der heftigste Trank, den du haben kannst. Nein! Du hast mich gekillt, Elina. Oh, Menno. So aus zu mir, einfach mit dem Rücken. Das wollte ich. Ich hatte doch voll viel Herz und musste mir mehrmals den Rücken gehauen, aber so geil. Das wollte ich nicht. Betrogen, ich war betrogen. Ich hab dich einmal geschlagen und du fällst auf einmal um. Was bist du denn für eine Mimose, ey? Ich war am Limit, am Kämpfen. Neue Runde, neues Glück. Ben, bist du ready? Bin ready. So, let's go. Ich hab nur eine Bitte. Bitte töte mich nicht. I'm sorry. Bam, 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 bam. Hinter dir. Danke. Ich hab direkt damit gegeben. Trotzdem hast du mich gerettet. Oh nein, ich hab Eisenhelm. Genau das, was ich brauche, Alter. Echt jetzt? Ja, mein Lederhelm hatte noch eine Haltbarkeit oder so. Geil. Nice. Boah, ich glaub, Ben, wir können dir vorhin einen coolen Trick machen. Pass auf. Lern Game Mode gehen? Nein. Ach so. Wir machen das hier. Oh, scheißabverkackt. Ich wollte auf dem Slime landen. Hallo. Hier geht's aber zur Sache, du. Wichtig ist, dass du diese Explosion von dem ausweichst. Juhu, Ben, du hast es geschafft. Ja, war es auch nicht so schwer. Ich meine, der schmeißt ein dickes rotes Ding dahin. Ist ja quasi nicht zu übersehen. Lucky Block. Oh, ich glaube, ich hab keine Pfeile mehr für meine Armbrust. Ich benutze eine Armbrust? Das ist noch schwer. Oh, der hat einen Zauberbogen. Zauberbogen. Hat der den Trick gedroppt auch? Ja, sicher. Aber ich hab keine Zauberpfeile. Hä, Zauberpfeile? Naja. Zauberbogen, Zauberpfeile. Heißt der Zauberbogen? Nein, der heißt Bogen. So. Ich hatte meinen Stärketrank. Alter, ich hab einfach so wild durch die Gegend gehauen und hab irgendwie jemanden gedötet. Ich glaube, ich schlürf den jetzt mal. Ah, da ist der Bösewicht. Oh. Gott, 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 Gott. Hab ihn. Hast du ihn? Oh Gott. Seidank. Hab ihn, hier war noch einer. Wir haben beinahe gestorben, Alter. Ich glaub... Ah, jetzt hab ich auch eine Armbrust. Oh, Tintee. Fälle Nummer 5. Nimm Stärketrank, 3 Minuten. Ich nehm meinen Apfel. Lecker. Jetzt hat er ja nicht mal einen Huhn. Ey, kann das sein, dass die Hühler viel seltener kommen? Ähm, kann sein. Aber du hast da ja eins. Ich hab zwei hintereinander jetzt, aber davor, dass ich die ganze Zeit kann. Ravengear! Huhn, bleib stehen. Jetzt hab ich drei miteinander. Alter, drei Ausschis. Bam, 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 bam. Alter, du warst mitten in der Explosion drin. Und wie bringst du sowas? Was ist das? Stärke bringt irgendwie nichts? Komm mir die so vor, jedenfalls. Mir auch nicht. Victory! Nice! Easy. Gar kein Thema. Okay, Ben. Jetzt würde ich sagen, wir haben Arena 3 freigestaltet, aber wir gehen jetzt in die PvP-Arena. Wir werden uns davor noch ein paar Sachen kaufen. Dann machen wir ein PvP-Battle zum Finale. Eine PvP-Arena? Ja, ja, da links. Congratulation. Team Rot! Puh, Team Blau. Grün gab's leider nicht. Ready? Okay. Red Team, prepare for battle. Ah, zwei, eins. Ah, du hast Pfeile. Hehe. Da bin ich natürlich... Ripper rifle! Oh, das ist das so gut. Oh, nee. Uh! Plan überlegt ich ihn noch. Nein! Nein! Hab ich dich gefetzt, Alter. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Stärke in zwei Drang, Alter. Oh, Manu. Lass' ich mal ohne Tränke, lass' ich mal ohne Tränke. Okay, okay. Alter, ich hab dich ja tu hinweggefetzt. Du musst auf den falschen, Ben. Versuchen. Let's go! Hab ich meine, fickt ihr jetzt noch? Ja, das war do it. Da hast du geguckt, ne? Zwei Herzen hatte ich, zwei Herzen Okay Leute, wir sagen einfach, ist unentschieden Leute, ich hoffe euch hat die Folge gefallen Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da Darüber würde ich mich riesig freuen Lasst mir ein Abo da, darüber freue ich mich umso mehr Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Abend Haut rein Leute, ciao